ein engel ist vom himmel gefallen ach die platte hier oder was ja so klappt das glaube ich wenn ich mit ich stehe eure hoheit, wir tragen sie wieso darf man wahrscheinlich drausen nein warte, warte nein was müssen wir überhaupt jetzt machen das gelbe das gelbe überhaupt dass sie klar sie dann dann gibt es das mal raus ach da war eine scheibe sie mal raus oder steck mal durch und dann fällt es wahrscheinlich durch ja man muss erst wegziehen und jetzt runterschmeißen vielleicht damit dann das glas kaputt geht und da geht bestimmt die tür dann auf müssen wir uns dann darüber katapultieren ach du scheiße das kann ja jahre dauern können wir nicht einfach die die dings hier schräg ran stellen und dann hochklettern und das sieht aber gar nicht so schwer aus was neumann ich habe den hebel kaputt gemacht wo ist das eigentlich schon wieder ich bin zurückgefallen ich weiß nicht wie zurückgefallen da braucht jemand ein hebel ach so da hinten ich muss mal runter ja so ich bin weich können wir nicht einfach die platte nehmen und dann springt das nicht was ist denn jetzt hier warum ist der hebel da du musst dich rüber schwingen durch das ich hab ihn kaputt gemacht das ist doch da der hebel war für die tür dahin das ist ja ist das jetzt schon das nächste level ja ja ich hatte einen schlüssel wir machen das schloss kaputt die burg ist witzig er sagt die frage wollen wir das jetzt noch weiter ich habe ja entschuldigung wenn ihr jetzt gesagt haben geht das stäbe aufbiegen dann los nein das ist einiges ist so gemacht dass du das ja genau sie ist okay aber da muss ich da geht es ja gar nicht lang ja also hier würde man echt nicht rüber es sei man hätte das ding ja doch man kommt darüber dann muss man sich an der wand entlang hochgott ja klar ich war noch runter kann man nicht einfach auf die ding nehmen ja kann man aber dann fehlt ja einer also einer kann er dann meine hast du jetzt auf dieses scheiß schloss mit ihr rumzuschleppen alter du bist wie so kompromissierte munition erfolg freigeschaltet freuere dich selbst im katapult kann man das katapult nicht auch noch ein stück heranschieben machen ja aber das steht perfekt das war's du landest du genau über die mauer ich hab mein ding auch frei guck mal tschüss aber neo dann kannst du ja gar nicht mitkommen doch warum wir die mit steinen beschießen doch das geht mach doch mach doch du drifst mich eh nicht doppelt könnt ihr euch beide reinsetzen und dann auslösen das geht ja einer kann von innen normal machen grad ah ok komm ich schieße die mit steine mach doch du drifst mich eh nicht klar treff ich dich rein spring mal ich seh ich eh nicht die mauer dazwischen egal spring trotzdem warte ich bin hoch da bin ich hallo ok du glaubst wir treffen dich nicht ja hallo da huu guck mal guck mal ich blockiert den auswurf hä schalt fest ok nein nicht festhalten da fliegen die einzeln oh shit ich bin voll davon jetzt müssen wir warten bis sie die mauer eingeschossen haben ich werde den stein festgehalten das war anders als expected we müssen das laden und dann aber warum müsst ihr denn die mauer einstürzen ja weil sie runtergefallen sind jetzt eine brücke dann könnt ihr nicht nochmal runterfallen dann seid ihr doch einfach nein ich will aber nicht mach mal das tor ach ach ich will nicht ich will nicht ich will nicht mit dem katapult noch ich geh mal rüber wenn es auch einfach über die brücke laufen könne da war eine brücke da gibt's oh da ist eine brücke oh ja da gibt's auch einen anderen eingang in die tür in die brücke das muss man aufklappen oh wie cool ist es zu hoch gut sie die lady die die auch dass hat es vor auch gemacht echt ja kann durchlaufen okay Nice! Willkommen in Elfismetten! Oh, bevor Schöpfung ist mir gefallen. So abschlussbereit. Okay. Können wir noch mehr mitnehmen, dass wir den Stein auch noch mit rein werden? Weiß gar nicht. Lass den Stein halt nur nicht festhalten, glaub ich. Okay, was müssen wir jetzt machen? Oh, hier kann man nicht durch, hier ist irgendwas von innen verschlossen. Hier ein Stein, okay. Kannst du auf dem Stein stehen? Ja, das überlege ich nämlich gerade. Ist auch zu. Oh, hier sind Fenster. Okay, 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 okay. Das sollte klappen. Ich häng fest auf jeden Fall. Oh, schade. Klappt auf jeden Fall. Schieß dich mal selber noch über. Muss man da oben doch aufwickeln? Ja. Ich denke, man kann da oben hin. Alter, ich muss mein Hufeis noch holen. Das ist, Alter. Das müsste brauchen. Ja, ich glaub das reicht. Wenn man da so hoch springt. Hä? Ja. Reicht. Kannst du die Tür, die Bogtür von hinten aufmachen? Oh ja, hier ist so ein Ding. Ich bin da. Oder kann man mit dem Karren die Tür auch auffahren? Hallo. Nein. Aua, 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 aua. Unglaublich. Oh, ich hab die Tür aufgemacht. Bin ich oben. Und jetzt? Aber wir brauchen den Karren wieder, wa? Ja. Oh, dein Hufeisen. Das sind sein Hufeisen, Alter. Ich bring dir das mal mit. Hallo. Das Hufeisen muss mit... Das will ich sehen. Ich glaub, da kriegen wir's nicht hoch. Ja, aber was machen wir, wenn wir da jetzt oben sind? Ich... Ich will kein Hufeisen mitnehmen. Was ist denn hier mit dem Wasser kommen durch das Wasser? Ich bin Santa Claus. Oh, nee. Ich brauche mich nicht. Ähm. Ja. Bist du im Kamin? Was machst du da, Elfi? Ein... Ein Geschäft. Nicht gucken. Nicht gucken. Ich muss kurz kacken. Hab Po abgewischt. Ich zeig. Ey, nicht hier rein. Das ist mein Zuhause. Neo, geh weg. Kann ich dich boxen eigentlich? Nein. Ach, shit. Das ist keine Gewalt, ja? Chris, versuchst du jetzt wirklich dein Hufeisen hier raufzukriegen? Nein, nein. Ich versuch selbst, mich hier raufzukriegen. Ich komm mal nicht mehr. Ich glaub, ihr seid... Ihr müsst wieder ein bisschen dichter... Ach, du scheiße. Was müssen wir denn jetzt machen? Glaubten wir den Laternen überschwingen? Äh... Shit. Hallo, Evie. Oh, shit. Na, das kann ja Spaß werden, Leute. Shit. Ich bin zu kurz gesprungen. Autsch. Ah, die Steuerung ist echt nicht einfach, finde ich. Ja, das ist dann nicht gesprungen. Alter, was ist das für eine fuckkackte Pissnutte? Ich hab doch A gedrückt zum Hüpfen. Oh. Oh. Ich hab doch A gedrückt zum Hüpfen. Ich fang nicht. Rrrr. 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 Wenn ich überhaupt springen wollte, hab ich A gedrückt, weil ich dachte, das ist der Moment. Ne, du musst ja los das und nicht A drücken. Wollte sie mal zum Hüpfen. Achso, ja. Oh, jetzt hab ich's geschafft. Oh nein, nein! Könnt ihr nicht weiterlaufen, damit wir das nicht mehr weitermachen müssen? Ich laufe mit Absicht nicht weiter. Ach, du bist ja ein Arschloch. Und deine Hände zum Himmel, komm lass uns fröhlich. Und hier hinten sieht das mega witzig aus. Ich raste aus! Ich raste aus! Oh, jetzt stand da was mit Speichern. Ich glaub, Chris hat einen Speicherpunkt gemacht. Ja. Aber ich probier's jetzt nochmal. Weil ich bin Awesome-O! Ich bin Awesome-O! Ja. Hiiii! Yes! Ähm, mein Arm ist verkehrt! Die ist gelandet, guck mal! MIST! Hallo. Hallo, könnt ihr mir helfen? Ja, hallo! Ich komm hier nicht hoch. Chris tanzt schon wieder. Warum? Nein! Was ist das? Nein! Das ist doch unnormal. Ne, ich lass jetzt los. Ich hab gekämpft. Ah, wo bin ich denn jetzt? So gut. Los! Du schaffst das! Du schaffst das! Du schaffst das! Ich glaub, wenn deine Arme da nicht drauf sind, dann kommt man da auch nicht dran. Ja doch, man könnte sich rechts und links schwingen und den anderen Arm wieder nach oben machen. Echt? Das ist fucking schwer. Big Ben hat geflucht. Soll ich dir helfen? Hat jemand einen Stein? Hier ist wieder so ein Ding für Chris. Okay. Machst du Margarina? Ist das nicht ein Stein? Ja, ich bin drüben, cool. Lol, hab ich gar nicht gesehen. Da lag einfach ein Stein, oder was? Wie? Ja, die Tür müssen wir ja gar nicht öffnen, oder? Das hat geschummelt, da lag eben gar kein Stein. Da lag eben gar kein Stein. Gar nicht. Das ist ja das Rohr, was man von draußen sind, oder? Ja, wir müssen aber alles kaputt machen. Oh, ich würde klettern. Oh, ich würde klettern. So. Wüsst ihr, wie viele Level das hier gibt? In dem Spiel? Es gibt ja wieder inzwischen neue. Sie machen immer wieder was rein Neues. Okay. Oh, ich glaube, ihr müsst den Wagen hier zwischenstellen, damit man hier rüber laufen kann, oder? Ähm. Hallo, hier bin ich. Hier. Hier oben. Hier bin ich. Also, ihr müsst den Wagen hier, glaube ich, hier machen. Und dann müsst ihr hier an der Seite hochklettern, glaube ich. Mhm. Okay. Ich habe schon wieder zwei Paar Socken an und meine Füße stinken bis hier. Puh! Ja, wir müssen die Richtung nicht weg. Oh, ich glaube, ich erst eine Erdbeere. In der Kita, glaube ich. Ich schaue mir das alles von zu Hause aus an. Wie? Von zu Hause wirst du denn? Direkt im Haus. Im Haus ist er. Lass du etwa die anderen schon wieder arbeiten hier? Ich gucke von innen zu. Ah, da! Ich sehe es! Ah, da ist er! Wir müssen nochmal zurück. Ne, warum? Die kann ich bringen, das zackt ich schon. Ähm. Bist du sicher? Jemand hat hier seine Handtasche verloren? Handtasche? 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 Wirklich ein bisschen aus in der Handtasche. Wie schön die Vögel zwitschern. Die Vögel reichen, ja. Mhm. Ja, reicht. Ich habe es geschafft. Okay. Okay. Ach, shit. Chris, Alter! Oh, komm! Naja, ich sehe es. Oh, komm! Oh, komm! Hält etwas haben. Oh, komm! Du kannst ganz mal aufhören. Lea! Hält etwas am Schlüpfen! Aber hängt hinten dran. Dankeschön, nein! Ha, 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 ha! Ich glaube, du müsstest die Hände jetzt nochmal lösen müssen, Chris. Oh, bei dem hast du gekleidet? Bei Neo? Ja, bei dem sonst. Ich schmiede es hier jetzt. Ja, geht die Butze ab bei dir. Das ist auch hier. Ach, shit. Ich habe es richtig geguckt. Chris, du schaffst das. Wir glauben an dich. Warum bist du eigentlich so ein Dummy? Das ist doch immer Schluss bei dir. Das ist ein normales Kind der Dummy. Wieso? Geh weg mit deiner Hand. Hör auf. Nein. Lass das. Neo? Böse? Ey, nicht am Schlüpper greifen. Neo? Ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Was ist das so für ein Dämlicher, du? Du bist ja voll gemein gewesen. Runter mit dir hier. Oh, guck mal, Chris hat es geschafft. Yay. Hey, ey, nee. 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 Ach, doch. Schön, Chris. So, was müssen wir jetzt als nächstes machen? Darüber springen, denke ich. Das Fass kann man tragen. Wo rüberschwingen? Wo? Da rüber? Mit dem Ding hier? Oder was? Bist du bescheuert? Wie soll das denn klappen? Wir müssen die Stange irgendwie dann rüber... Du musst laufen und die Stange dir da festhalten, beim Springen. Guck mal, Chris ist schon am Rande der Verzweiflung. Ganz ruhig. Ei. Ei. Ach, hier ist ja auch eine Treppe. Die sieht ja gar keiner. Evi springt zuerst, guck. Evi macht es. Warum will das nicht mehr machen? Ja, ich hab's, Mann. Und jetzt? Ich bin ein Hamster. Shit. Ich komm wieder. Ja, es ist schade, dass man dann wieder hier drüben rauskommt, ne? Wenn man dann tot ist. Ähm. Ciao, Fass. Ähm, müssen wir das Brett hier runterholen? Oder wie? Oder hier hochklettern? Ah, nee, guck mal. Ah, das kann hochgezogen werden, glaube ich. Das ist wie ein Flaschenzug. Aber da müssen bestimmt Leute da drinnen laufen im... Ähm. Äh, Chris. Es ist ein Hamsterrad, da müssen wir reinladen. Ja, ja, lauft mal rein. Ja, ja, super. Aber was muss man denn mit dem Ding da machen? Ach so, muss man laufen, wo ist das andersrum? Ähm, ähm, okay. Ist wackelig. Ich hätte so mal ups. Ach so, jetzt muss ich euch das Brett vielleicht runterschieben. Kann das sein? Ich kann nicht mehr weiterlaufen. Ja, weil es ganz oben ist. Kannst du es wieder runterlassen, wenn man dir auch mal richten kann. Ähm. Äh, das war nicht der Plan. Neu hat mich runtergezogen. Ich hab das Brett hess gehalten, nicht dich. Ich hab dich so gemacht. Du hast das Brett runter... Neu, Neu, hör auf zu steckern. Ich stecke doch gar nicht. Aber wie kommen wir denn jetzt alle hoch? Kannst du dich mal hochziehen, Miprin? Du bist ja. Du musst schon draufklappen. Ich bin auch nochmal hoch. Na, 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 nicht an der Nase ziehen. Nein, du watsch. Aber wie kommt ihr denn dann hoch? Festhalten, die Fahrt. Neu, willst du mit? Ähm. Aua? Ach, die Haute unten drunter. Christus schlau, der hält sich am Seil fest. Ja. Gut. Auf geht's. Auf geht's. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Nein! Oh, oh, tschüss, Nio. Ähm. Okay, also, wie kommen wir da jetzt alle hoch, außer Chris? Also, weil einer bleibt ja sonst unten, oder? Ja, der ist oben. Oder wie? Ich glaube, ich komme ja aber trotzdem nicht weiter. Ich muss hier nochmal anlaufen nehmen. Okay, dann hoch. Festhalten! Ich habe mich fest. Das ist so dumm. Man sieht halt einfach nichts. Also, hä? Ich glaube, man muss einzeln gehen. Ich habe mich festgehalten. Du hast aber natürlich am Seil festgehalten. Aber wie kriegt man Big Bender jetzt hoch? Dann. Hallo. Ab geht's. Ähm. Ja, und wie kommen wir jetzt? Warte, wir schwingen. Warte. Jetzt? Du musst ins Wasser springen, oder so. Ah, ist ja doof, dass nicht jeder reinkommt, oder? Wenn es Sinn hat, ist. Wo muss man das hier... Chris, was machst du denn da oben? Schau, aber nicht mal oben. Weil da hinten ist ja noch dieses Rädchen, und irgendwie müssen wir ja da rankommen. Welches Rädchen... Welches Rädchen? Hier oben ist doch irgendein Fass. Ach, guck mal hier hinten im Haus, guck mal durchs Fenster. Oh, wie habt ihr denn die Tür jetzt aufgemacht? Ja, vergreifen. Nein. Nein. Irgendwann ist was. das fast ist bei euch drüben das fast das fast und jetzt was macht man dann damit bestimmt hier hin ja ich guck mal ob es auch so geht ich halte fest ich halte fest ich fass mal unten an und hoch geh mal weg ich glaube es ist schwer für dich so ist gut so kannst du halten auch neo hat es wieder runter gezogen neo du spielst gar nicht ordentlich doch natürlich neo wir schmeißen neo raus aus dem team neo ist nicht effizient was neo das ist der boden nach unten scheiße neo das ist das ist das ist das ist das ist das ist